Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4, ab an die Arbeit. So Leute, ich habe hier mal eine kleine Terrasse gebacken. Hier, unser Leo, hat hier frei. Richtig zu zweit, da werden wir eine Party schmeißen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt direkt oder gehen wir erst einen Tag mit Sheldon arbeiten? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir waren schon lange nicht mehr mit Sheldon arbeiten. Aber... Ach, ich bin jetzt wieder. Oh, ein Problem. Ne, du, lass mal, es ist mal her, hier. Er trainiert fleißig, das ist gut. Sind hier eigentlich auch Verdachtspersonen verhören müssen. Er müsste duschen bald. Was soll ich denn da tun? Das ist ja kein Problem. Oh, hier, ein bisschen schneller. Was soll ich denn da tun? Hast du das oder nicht schon? Oh, was soll ich denn da tun? Was soll ich denn da tun? Oh, ich will ihn mal provozieren. Geh mal an. Oh, das ist ja tief und seine Arbeit. Glaube ich. Ah, ha! Wenn wir mal ein bisschen lautern, ist schon ein Grundschneid. Ne, jetzt nicht verdammt. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Okay, was hat er hier? Habe ich konzentriert. Können wir das kaufen, da gibt es doch... Es gibt keine Spielkonsole, oder? Ah, der... Ja. Gut. Ist am Computer. Dann geht er weiter. Das ist... Das ist... Daniel... Paulus... Fische hier. Das... Wir wissen was mit unserem Haus machen. Die sind so klein. Haben die da hinten? Aha. Die haben sich auch gemütlich. Aber wir jetzt auch einen. Na, wir haben eine Bar... Grill... Und was zum Sitzen, also... Wir... Wir... Einiges... Das muss ich... Was soll denn das? Tch! Miakse! Grants! Und jetzt? Tanzen. Derer muss ich. Oh, wer kommt denn da? Oh, boi! Ja, guck mal. So, die ist mir nämlich nicht ganz geheuer mit ihrer... Sicher, ich weiß nicht. Trau ich. Trau ich mich kaputt. Nee, nee. Unterhalten wir uns lieber beim Pferd, na? Ey, du... Lass mal programmieren. Wo ist denn? Wenn's denn ohr? Ja, dann gehen wir lieber mal programmieren. Programmieren. Oh! Du hast eh frei. Was machst du? Die Frage, na? Hm? Drei Freunde blau. Flufgadu, Baba! Gabbahorn! Unixnau! Fluyo! Fuschgegaru! Fuschgegaru! Mipim! War da nicht was? Uuuh! ��u! So, so, Turbif! Och, da, Mari! Der Mari war das. Ja, dann soll er die doch mit anrufen, oder? Kann man das hier buchen? Hee hee! Einen Laden hier abzeigen. Will die doch mal hier vorbeikommen? Wir müssen hier ein bisschen mehr wegschneid in den Hausfram. Würd' ich gern... Es wird gleich gut sein. Dann müssen wir jetzt nur noch auf die Dame warten. Oh, ich denke, er hat den Kreuz. Da ist sie. Oh, die Stukette, das ist gut, Leute. Wir machen Polizisten mit Bits über uns selbst. Wir machen Polizisten mit Bits über uns selbst. Oh, wie warum der Richtige ist schon kokellisch? Ah, bla 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 Webel Bauer, Goomer Soi, Sputin, Fibabawa, Yev. Inchenme. Dörner. Oh, Badish. Karil. Sigafoos, Bellofurt, Kibitz, Quacksen, Ah, Selenark, Polifor. Dufunitwe, Kabuni. Oh, sie ist romantisch. Sarpava Yonis. Una Burr. Ja, sie ist mir sehr gut, oder? Ja, sie ist mir sehr gut. Oh, Karzini. Yashona. Pamib Tivar. Lomish. Anquam-Rabalfa. Nibna. Renglar. Mugurish-Brenadl. Rebalfa-Clogum. Yasmehs-Chorg. Mmh, Fleur-Been-Darp. Ah! Schon Yarba-Chips. Gal. Storn of Lein. Oh, sie wird heiß. Oh. Vadisch. Bepitem. Quexin-Oss. Händchen-Halb. Esorpel-Pans. Galaboo. Oh-ho! Haha, Zubi-Wib. Roar. Roar. Oh, bemoyza-Fene. Okay. Hallbra. Hey, Romantus Wada. Esen, Kusala. Tön-Probiens. Mwah. Sedna Mubbis. Mwah. Ugh. Witzu? Ah. Ah-ha. Oh-ho. Ah-hu. Ich habe einen Pool für mich, das ist einfach alles gut. Ich bin ein Freund, ich bin ein bisschen zu schnell. Einladen. Nein, 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 nein. Cimantina? Was ist neu? Fadroba? Wir müssen einkaufen gehen, Leute. Moment. Wir brauchen ein größeres Bett. Das ist sonst ein bisschen blöd. Ähm, Bett? Nein, wir sind in der Zimmer. Wir brauchen schon für Erwachsene. Wir müssen erst durch das Bierchen einfach haben. 3400 haben wir noch. Das Tup hier kümmern wir uns nicht. Ein bisschen schwarz. Es ist ganz gut. Morgen kommen wir wieder bei den Reihen. Ja. Reicht. Der Platz. Aber ich denke schon, oder? Wir müssen in beide reingucken. Oh, wie? Nein, das ist was falsch. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Was ist hier das hier? Da hinten? Das ist ja sein Zimmer hier. Warum müssen wir denn hier urräumen? Das müssen wir alles umstellen, weil man über Nacht ist erst da. Aber so ist das. So, hier. Jetzt hat Chelten hat sein Zimmer noch. Wir kriegen keinen Spaß. Ja. Jäben Ponsip. Gratius Apuma. Oh, Yadaboom. Sobifin Arva. Defunatue. Kaboony. In a bush. Boringo. Ah, Bogendro. Das ist hier. Und... Rufus! Rufus! Geht um. Dorn eine kleine Zoi. Wirklich. Wirklich, Leo. Jetzt geht um. Vielleicht geht das hier noch nicht hin. So, dann kommt eine Durchweiße. Zugebatschung. Irgendwann ist das hier schön gemacht. Freuen sich beide auf jeden Fall. Tja. Ich würde sagen, da gibt ja nur die erste Freundin. Ich glaube nicht. Aber... Sieht mal ganz danach aus, ne? Das Bett bewegt sich. Ich sehe, was da wird, Leute. Chelten hat Schnauze gewollt. Er hat seine Ohrstöpsel dabei. Easy, Mann. Okay. Es hat funktioniert. Der Aufweiser hat seine ... Schoenballernergs geschafft. Vielleicht auch seine ... Wer weiß. Zorba! Rufus! 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 Ah, jetzt wird gepennt. Okay, dann. Pennen wir. Achja, und sie guckt uns dabei zu. Pennt doch auch! Los! Rufus! Etwas komisches, dass die ganze Nacht da war und uns geschaut hat beim Schlafen. Lass es verwundern mich jetzt. Na gut, sie gehen raus. Das finde ich schon mal gut. Sheldon? Dann kannst du ja auch essen hier. Wo ist drin? Die essen zusammen. Sheldon will ja eh immer alleine sein. Da passt das schon. Wie verstehen sie schon? Hm. Ja, und. Im Gleichessen. Auch im Gleichsten. Im Verparallel lassen. Das ist gut. Jetzt sind sie schon auf. Alles ok. Ja dann. Sollen wir jetzt machen. Wie kennen sie? Ja. Wie schön. Das ist alles gut. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ah! Ah! Vombo! Mmh! Oh, Heena! Zufufuba! Oh, Heberhorn! Zupta! Oh, okay. Uh-huh. Yanabe! Oh, Yifta me! Merkid Thibonahu! Funiata! Hashemp! Spalagorbannehi! Plenit? Gmarish Brihe! Akruts! Arvani Zonso! Blahoyatha! Plenis Yisim! Foolfleet! Borg! Nurdshul! Clevete Bors! Shabini! Moonfix Shaima! Ah, Shuna! What tips do you have, man? So-so! Yeah, Froos! Yeah, Froos! Yaseb! Pimbas! Hättest du auch bei uns auf Toilette gehen können? Wär kein Problem. Und leider nicht konzentriert um sich schelten. Schade. Aber, ich muss jetzt erstmal die Folge beenden. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Habt noch einen schönen Tag! Haut rein! Ciao! Ciao! Ciao!